das ist ein reaktor in der zukunft der knallt und kracht ohne ende keine ahnung was da reagiert drin aber es erscheint ordentlich strom zu erzeugen und wir sind im weltall ich weiß nicht was das für ein riesen raum ist hier naja egal das sieht aus als ob man auf dem planeten ist aber diese vastopol die station in der wir uns befinden die ist ja im walter und dreht sich um einen gas riesen soweit ich weiß und jetzt geht's ab in den reaktor und wir haben ein ladebildschirm pünktlich zu hier das transitsystem ja das kennen wir zu beginn kurzstrecken shuttle erlauben dem messi diesen personal die und so weiter wir sollen das lesen er brauchte so eine tipps auch nicht veröffentlichen was denn flammenwerfer flammenwerfer ich hab den flammenwerfer wieder auf der da der ist aufgeladen das sieht mir hier nach hatten wir ja lange nicht mehr ricardo sie sind alle hier wer alle die verschwunden sind alle die sind alle in eine art nest gefangen das sind eier das ist eine farm shit sie müssen verschwinden sofort hier ist ein nest ein alien nest wartet mal was haben wir denn an hinweise zentrale reaktorleitung ich muss den strom für die plattform an den leitern hier unten herstellen da sind speicherding hier hat sich das alien schon schön breit gemacht die sind aber alle geschlüpft da brauchen wir keine angst mehr haben ich schau mich hier mal rum zum verstecken ich will natürlich zum speicherpunkt hier hier liegen noch sachen sensor die brauche ich aber nicht kann ich noch irgendwas bauen nehm ich mal den molotov cocktail feuer ist gut die sind ja alien welche tür nehmen wir denn wir können so wie ich das sehe da lang können wir nicht da ist rot dann gucken wir mal da wo rot ist strom wieder herstellen wie mache ich das hier hier war noch eine komponente seht ihr gut dass ich hier nochmal hingeschaut habe steht ja alles unter wasser hier geht es nicht mehr weiter was sagt unser plan ich muss sowieso da lang hier muss ich rein überladen sie den alpha kern dann überladen wir den mal mal gucken was passiert gleich mal auf schleichmodus gehen es war keine lüftung da hängen die schweinarm Schweine da hängen die schweinarm Schweine hier der nächste hier ist nichts da ist ein schalter da 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 das war so ein impfer die werden nicht angezeigt du die werden nicht angezeigt du ich hör was ich hör was da alpha leitung aktivieren was ist das das schließmechanismus deaktivieren da da ach da das nehmen wir natürlich mit so leitungsinterface so freigeben ich kann mich hier nicht verstecken so also rechte maustaste und links und S das 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 war eben sagt die karte dahinten müssen wir hier muss ein durchgang sein das uns jetzt die tür aufgemacht ja hier war vorhin zu also mal schnell hier rein hier ist ein gang hier sind wir ja nicht sicher aber das kürzt ab ich hab hier tausend echos wo muss ich ihn jetzt lang ich würde sagen hier schrank zum verstecken gut und wo ist denn der jetzt ach da ja und 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 Scheiße! Aber genau vor meiner Nase. Nochmal. Ich hätte ruhig bleiben sollen. Aber ich habe den Schrank gesehen und dachte, das wäre eine gute Idee. So, drei. Ah, komm, Molotov. Drei. Also, ich gehe jetzt hier lang. Wir waren ja schon dicht davor. Und dann. Ich meine, ich kann ja gar nichts anderes machen. Zurückgehen brauche ich auch nicht. Ist hier noch ein anderer Gang? Nee. Jetzt wird das Vieh gleich wieder kommen. Ich habe mich jetzt mal versteckt. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Na, ich denke mal. Wir können es wagen. Was sagt die Karte? Na, ich bin wegen. Ich war dicht dran. Da müssen wir hin. Hier kann ich auch nochmal speichern. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Das hört sich für mich an, dass es läuft. Jetzt ist es wieder draußen. Es muss weg. Sonst kann ich hier nichts machen. Aber ich habe hier gespeichert. Schon mal die S-Taste suchen, falls es hier reinguckt. Das habe ich nämlich bei dem einen mal nicht gesehen. Wie geht es? Der Kopf ist zu müssen. So waar ist es? Den Kopf lässt. Das kreist hier die ganze Zeit rum. Oh, ich kann mich hier auch verstecken. Kein Strom. Wo finden wir denn hier Strom? Kann ich denn da drüben irgendwo noch hin? Ich muss noch woanders hin, nehme ich mal an. Ich gehe hier nochmal unter den Tisch. Äh, hier hinten hin. Kernleitung Beta. Leiten Sie den Strom zum zentralen Kern um. Ja, wie komme ich denn da hin? Oh, jetzt kommt das schon wieder hier raus, ne? Das Vieh ist super aktiv hier. Oh Mann, da muss ich wohl ein bisschen warten. Wo kann ich denn noch hin? Da oben ist irgendwas. Da blinkt was bloß. Und da kommen wir. Hier brennt Licht. Ich habe hier... Hier ist ein Gang. Aha. Wo bin ich denn jetzt? Ah, gut. Schrott, Schrott, Schrott. Okay. Das ging so schön geräuschlos jetzt. Jetzt müssen wir, glaube ich, wieder zurück, ne? Ja. Zu diesem Pult. Boah, das Vieh ging mir auf den Sack. Hier kriechen mehrere rum. Das ist nicht nur eins. Und patrouillieren hier. Da ist ein Schacht. Ich trau mich jetzt hier nicht raus. Das Problem ist, wir müssen ja denn alles nochmal machen. Bitte jetzt nicht rauskommen. Bitte, 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 bitte. Nein, brauche ich nicht. Ich will nur hier oben rein. Und hier unten drunter. Ah, scheint erstmal Ruhe zu sein. Ach, komm. Stell dich doch mal hoch hier. So, wir verstecken uns. Weil jetzt gibt es Geräusche. Die Geräusche werten wir in der nächsten Folge aus, würde ich sagen. Oder? Ich höre es doch hier poltern. Das muss ich eh erwarten. Ja. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.